Was immer, was, Fehera, wenn du gerne Musik hörst, guck dir mal neues Video an, dir gefallen, das machen irgendwie alle Musik, die hier reinkommen, also richtig viele ist mir aufgefallen, die hier reinkommen, machen eigene Musik, ich finde das voll cool, aber das ist mir so aufgefallen, ich glaube er meint Fehera, ach so, okay, auf TikTok meinst du jetzt oder im Real Life, sind das deine echten Augen oder Kontaktlinsen, nein, das sind keine Kontaktlinsen, das sind meine echten Augen, ich mache jetzt in meine Bio rein, Leute, ich trage keine Kontaktlinsen, Kontaktlinsen, Ausrufe, das zeige ich, also wirklich ohne, ohne Joke, ich mache das jetzt, gute Nacht, finde ich dir auch eine gute Nacht, ähm, diese Augen sind, danke schön, gerne, Ich hoffe doch, Musik halt, die Seele auf jeden Fall, Musik ist einer der wichtigsten Dinge für mich, natürlich jetzt nicht so wichtig wie Familie und so, aber Ich liebe Musik Sorry der Nachfrage, da kannst du natürlich fragen, ich meine, das ist nicht schlimm oder so, aber Das ist Fragen für viele Leute, deswegen habe ich so geantwortet Z Eigenen Mund Ob meine Lippen echt sind, meine Lippen sind echt, ja Aber ich finde auch, man sieht es, die natürlich sind, die sind doch nicht so Oder? Ich glaube, man sieht schon einen Unterschied, meistens Fällt ich schon auch, Dankeschön Oh, I know Kommst du aus dem Schwarzwald? Nein, komme ich nicht Kann ich verstehen, dass viele Leute fragen Auf der Straße letztem hat mich eine Frau angesprochen, eine ältere Frau so Äh, sind das ihre echten Augen? Das war irgendwie süß, weil das war so eine ältere Frau, ich weiß nicht wie alt die war Irgendwas mit 60, 70, keine Ahnung Wie alt bist du? Ich bin 23 Die Frau bin noch nicht so gesehen, mein ist grün? Hä, grüne Augen gibt es auch, auf jeden Fall Schöne Stimme hast du, sing mal Danke, aber ich bin gerade zu müde, um zu singen Ich habe dir PIN geschrieben, PIN geschrieben, ich habe schon PIN gelesen Ich kann das jetzt gerade nicht sehen, ich bin live Er hat auch grün, ja, aber auch grüne Augen, aber nicht den Ton, okay Grüne Augen sind selten und deine sind traumhaft schön, Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir Das ist sehr, 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 sehr lieb Leute, ihr seid wieder richtig lieb unterwegs, ich merke schon Was geht? Ich spiele auch bei dir Wollt alles mit helfen? Vielleicht ist das Ich habe mich jetzt zwei Leute angefragt Ne, ist mir gerade ein bisschen zu nervig Ich rede lieber mit euch, Leute Ähm, hast du mich vermisst? Elia, du warst gestern auch drinnen, ne? Hello Ähm, du bist hübsch, nicht nur die Augen Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb Valeria, aber warum hast du mich gestern sperrt? Ich wollte dir nichts Schlimmers Was hast du geschrieben? Es muss ja einen Grund gehabt haben Ich sperre nur Leute, die wirklich berechtigt, dass es einen Grund hat Ähm, das italienische Was schreibt man die ganze Zeit hier rein? Was ist das? Hallo 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 Von wo wohnst du? Äh, ne, das ist doch wohl nicht Ich habe einen beleidigt, der dich beleidigt hat Spaß mich Oh, dann habe ich wahrscheinlich aus Versehen den falschen gesperrt Tut mir leid Manchmal klicke ich zu schnell, weißt du? Und dann aus Versehen habe ich wahrscheinlich den falschen erwischt Sorry, das war nicht extra Da bist du in Italien? Ähm, Della Calabria Bist du gebürtige Polen? Nein, aber ich habe auf meiner deutschen Seite polnische Vorfahren mit drin Vielleicht deswegen Vielleicht deswegen Aber das ist sehr, sehr, sehr zurückliegend Ähm Das wird auf euch heute nach und wird das drauf gefallen Nächste Frage Was sind die kleinen Dinge im Leben, die dich glücklich machen und nach der Frage geh schlafen? Die Frage habe ich schon beantwortet Unter meinem letzten Video Du musst auf mein letztes Video klicken, da findest du die Antwort Okay, aber sehr süße bist du Dankeschön Ist es eine Idee, wenn ich sie zum Essen einlade? Ähm, ja, frag sie einfach, sie wird auf jeden Fall entweder ja oder nein sagen Mehr kann nicht passieren, mach dir keine Gedanken Mach dir keine Gedanken, trau dich einfach Ich weiß Nicht mit einem Es Polen ist auch schön Ich war noch nie in Polen Ehrlich gesagt Rissus und soches Ähm, lindo Gracias Dankeschön für dein Team Herz Hier, du weißt schon alles oder wie? Was weiß er über mich? Gut Wie alt? Ich bin 23 Ja Hey Valeria, erstmal dir einen schönen Abend aus welcher Stadt kommst du? Ich wünsch dir auch einen schönen Abend, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf